hallo und herzlich willkommen euch einen schönen ersten weihnachtsfeiertag je nachdem wann ihr seht auch ein so einen schönen tag wir spielen ein neues spiel dead faces beziehungsweise es ist ein prolog prolog demo habe ich auch noch nicht gelesen entweder prolog oder die demo bilder sehen ganz gut aus vorschau video habe ich mir auch angeguckt sieht ganz gut aus las uns mal überraschen die vollversion davon soll rauskommen anfang nächsten jahres 2024 soll dann auch erhältlich sein auf steam wer selber spielen möchte kann das tun und sich das spiel bzw dem prolog die demo kostenlos runterladen auf ich werde euch das in der beschreibung verlinken wenn ihr selber zocken wollt und ich würde sagen wir gehen einfach gleich direkt mal ich gucke noch mal hier hier ist alles auf ultra gestellt alles klar müsste passen wir gehen mal rein schön dass ihr dabei seid let's es ist zwei jahre her stand dass ich sie verloren habe oder dass ich es verloren habe isoliert für gott stand jetzt für zwei jahre sie hat ihr gesicht vergessen die gesichter der der face porträt okay das klar in between reality draws das geht mir zu schnell so schnell kann ich nicht gut übersetzen vertraue nicht in die gedanken aber vertraue in die visionen du musst dich erinnern du musst dich an ihre gesicht erinnern jack oder der albtraum wird niemals enden ich werde gleich mal die spiel lautstärke im spiel selber noch mal lauter machen ich musste im in der lobby beziehungsweise eben im hauptbildschirm muss ich es ja mal leiser machen weil die musik sehr laut war oh gott die maus können wir ein bisschen runter stellen okay maus sensitivity hallo warum darf ich das nicht muss ich das erst anklicken hier darf ich nicht warum muss man hier einen richtigen punkt für hier guck mal okay wir wollen noch ein bisschen runter jetzt bin ich höher gegangen aber wir mal die 1 ok ok da tut sich nicht viel wir lassen das mal dabei das geht eigentlich wo das ist wieder so ein bisschen spiegel cam wie heißt das hier naja ist das fischaugenkern finde ich ganz geil wenn es nicht zu arg ist hallo wer bist du denn benutze ich kann mich nicht erinnern wer das ist ok warte mal haben wir eine tastenbelegung controls crouch prone was ist denn prone knien oder so oder legen fire reload ok use mit e exo mind q inventory tab ok dann ist das hier cool psycho blood scream thriller thrilling horror experience ok alles klar schock gefährt das ist und c ist tatsächlich hinlegen ja ok dürfen wir dürfen wir nicht innen einrichtung bei any love hurt rotate rotate geht irgendwie noch nicht raus maus will nicht ok wir müssen linke maustaste gedrückt halten das ist schön programmiert muss ich sagen 3 uhr nachts da wenn alles beginnt es beginnt immer alles um 3 uhr nachts habe ich gehört mein das ist die vorliebe mit ihr 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 bevorzugter was war das vorzugter kaffeepot das war das gerade once i run out of the money i won it's over for me hat an der böse verloren oder was das tut mir leid stuhl hallo was ist das so dass so eine kanne sieht aussieht erst aus wie so ein helm so glänzend sonst star wars helm oder was ok sie jagt meine gedanken seit all den jahren oder sie lässt sie nicht los ne ok ich weiß immer noch nicht wo mein ladegerät ist schön programmiert sieht echt gut aus alles w hammer the only hammer i got in my apartment der einzige hammer den ich in meinem apartment habe und der ist aber poliert liebe leute wer hat denn da seine fettfinger noch dran ok wifi exo mal der gute alte rute connect connection und das ding ist ja das kennen wir die verbindung an diesem teil ist schrecklich nonack so mag man ok 18 bis 55 mm linse hat eine schöne kamera ok ich hasse es wenn türen nach außen aufgehen ist denn hier wieso hängen denn hier wimpel drin clear tooth sponge for washing my body ok schwamm seife seife ok wir kriegen jedes mal dieses geräusch beginn baby luke chapter only available in full game ok das ist ähnlich wie wie heißt das visage gemacht dass du an bestimmten punkten den kapitel beginnen kannst und dich dafür entscheiden kannst ob du da schon hin willst oder nicht aber das klingt ganz cool spiel spricht mich gerade an mag ich ok kann sich wieder nicht erinnern wer diese person ist erscheint irgendwie total durch den wind zu sein beginn am enders chapter only available in full game ok hier wäre am enders chapter a searing iron i used to use i used to use it on my shirts bin back when i had a job ok also bügeleisen was er benutzt für seinen für seine jobs wenn er dann einen hat wikerski es ist zu dunkel my old vinyl player alten platten spieler ich habe ihn vor langer zeit benutzt oder lange zeit nicht benutzt ok alte platten die tür geht auf es ist gut wieso ist denn das licht hier so schwach ist bestimmt wieder so eine billige led aus china ne was hallo hat doch einer geklopft man a cartoon of milk book ok das könnten sie abstellen in der hauptversion das ist das ist mein kritikpunkt dass man alles beschreiben muss und alles mit diesem dings hinterlegen muss mit diesem geräusch ich finde dieses geräusch kann man hinterlegen bei bei besonderen objekten alter ok gänsehaut ist da wieso geht er nicht warte mal das wird das radio im flur sein ich will hier aber noch mal kurz gucken ob ich den irgendwie aktivieren kann eine guten alten smart tv hier schmalz tv wer da steht jetzt einer um die ecke und was war warum bist du denn hier du warst doch froh nicht da oder oder irgendwas anderes war da oh man das ist doch hier so eine ägyptische dingsbums oder was wo das das oder was das radio wst amplitude just old radio einfach ein altes radio mit finger abdrücken dran aha 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 er atmet irgendwie schwerer jetzt gerade ne kann das sein oh warte mal what oh digga tschüss hallo hallo mach doch bitte die tür zu alter ich spiel ein bisschen äh super mario oder so das lenkt mich ab und das geht von hier kann ich was der stadt davon noch nicht you must remember the faces du musst dich an ihre gesichter erinnern ja weil er erinnert sich ja an keine gesichter und ist immer noch 3 uhr nachts money i can't remember who this is oh Sigi alter wie soll ich mich denn an die gesichter erinnern kann ich kann ich die googeln oh jetzt kann ich was machen oder ne doch nicht oh das geräusch ist spontan weg gegangen oh warte mal ist das ein atari das ist das ist das sieht fast wie ein atari geil oh man ich bereue das so dass ich meine alten geräte damals wie man damit umgegangen ist ne dass man sie einfach nicht mehr hat this thing is broken but was ist das für ein ding das ist so ein schlauch dran sieht aber aus wie ein globus aber ist kein globus what the fuck komm wir gehen mal auf ihn zu oder ich kann hier nichts mehr tun in dem raum oh es war so klar okay wir brauchen den schlüssel hier rein ist er verschwunden okay irgendwelche symbole da erkennt man nicht wirklich viel ich glaube es wiederholt sich auch oder ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ich soll mich doch nur erinnern ob es noch irgendwo deren namen stehen oder irgendwas können wir das auf ihn werfen ach komm ach weißt du mich rennt er jetzt auf dich zu passiert irgendwas ganz anderes oder ja bitte unbedingt liebe entwickler abändern die türen müssen nach innen geöffnet werden du musst remember their faces hier ist nichts neues hier ist nichts neues ne ja aber wie soll ich mich dran erinnern 3 uhr alter alter ich hasse diesen klingelton übrigens ne das ist das ist genau meine klingel im ersten moment habe ich gedacht wat require is ok wie soll ich denn die tür aufmachen wenn die geschlossen ist gackalacken lecker schmecker frisch vom bäcker so es ist 19.01 oder 7.01 je nachdem ist hier ein key irgendwo wenn wir nicht sehen das war nur die plattenkäste komm noch aus die klotze hier karton mit milch ich kann man nichts machen hätte ja gedacht vielleicht ne vielleicht ist da drunter der schlüssel versteckt irgendwie jetzt haben wir hier ein brotmesser sonst haben wir hier auf dem tisch auf jeden fall nichts hier nochmal reingucken nein hier ist einfach nur dieses einzelne buch ne ach nee man kann jedes buch ausziehen ich gehe aber nicht davon aus dass man jetzt in irgendeinem buch was findet hier oder ne nö cry is a key nö nö Was geht hier ab? Was geht da ab? Rost und Blut. Woah! Was? Das ist wie so eine Sperre, ich kann nicht durch. Toothpaste, okay, da können wir auch nichts haben. Was? Oh, jetzt kommen die rein, oder was? Ah, super. Super dupen! Oh Gott, hier kommt immer was Neues dazu. Sehr schön, nicht? Oh Gott! Erinnert dich, was du getan hast, Jack? Ja, ich würde mich gerne erinnern, jetzt liegt hier ein Leichensack drin, oder eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Ich würde mich hier gerne erinnern, aber... Zack, ist alles vorbei. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Nein? Okay. 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 Hm. Also man merkt ja direkt, das Spiel triggert an verschiedenen Punkten, ne? Wenn man da einmal hingeht, einmal zurück geht, nochmal irgendwo hin, dann geschieht das nächste. Von daher gehen wir mal nochmal rein. Ne, das hier ist aber auch nichts Neues. Drei Uhr, es ist alles stehen geblieben. Da hat er so einen kleinen Tinnitus gehabt, den hört man manchmal. Stored Items. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwas schon, schon, schon gibt. Also, ich kann den ja auch nicht aufnehmen, ne? Ne, ich kann dir nichts nehmen. Mann ey. Äh, okay, jetzt ist es sehr dunkel hier. Take. Was haben wir getaked? Ah, den Schlüssel. Okay. Oh, den musst du erstmal finden. Da müssen sie auch unbedingt nachbessern. Viel zu dunkel. Ja, moin. Ja, moin. Alter. Schockt ja gar nicht. Oh, Mann ey. Oh, Mann ey. Wie sieht das aus, ey? Dieses Bild, hab ich das kreiert oder hab ich das gemalt? Alter. Oh, ich muss mal niesen, warte. Warte. Das sah schon ziemlich kack aus. Warte mal, hab ich jetzt... Haben wir hier irgendwelche Namen oder so? War hier noch irgendwas zu sehen? Ne, da war nichts mehr zu sehen. Was für hübsche Bilder. Es ist vorbei für dich, Jack. Hier ist es auch, drei Uhr. Noch lebe ich. We cry as a key. Okay. Okay, hier ist jemand auf Nummer sicher gegangen. Oh. Alter. Da, der Royal Dart Pfeil. Das ist mir bewusst, aber okay. Dieses Bild. Der Eingang in einen Baum. Immer so wie mit Flammen dargestellt hier. Okay. Eine Tür. Guck mal, die sah man gar nicht. Das ist viel zu dunkel gemacht. Ja, leider. Scheiße. Pott. Noch ein Pott. Oliwöl. Okay. Brot. Brauchen wir nicht alles angucken, denke ich mal. Das ist ein Toast, genau. Das ist ein Toast. Ah, da nie den Toast, nie den Toast. Mikrowelle auf Dra... Was? Okay. Das ist ein Toast. Das ist ein Toast. Das ist ein Toast. Das ist ein Toast. Okay. Das ist ein Toast. Oh, diese Tür. Okay. Dann nicht, Dicker. Lassen wir das halt. David Ford wieder... Oh, was? Okay. Put the way. Rotate. Show Cursor. Okay. An der können wir anscheinend... Guck mal da. Rückseite. Okay. 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 Wir haben den Schlüssel. Messer nehmen wir uns mit, bitte. Dürfen wir nicht. Danke. Okay. Okay, ich habe einen Schlüssel. Darf ich? Okay, es hört irgendwie auf jetzt. Ah, ich muss näher ran. Okay. Ach, Dicker. Einfach drauf zugehen. Das Bild muss ich mir nochmal angucken. Das sieht echt krass aus. Okay. Okay. Huch, das wollte ich gar nicht. Q. Ist etwas komische Tastenbelegung mit Q. You left me to rot. Was heißt rot? Zurück gelassen oder sowas? So im Allgemeinen der Satz meine ich. Klopapier. Okay. Wir begeben uns hier mal auf die Suche. Oh, Leute. Es ist viel zu dunkel. Und ich habe schon recht hoch gestellt. Damit es für YouTube immer noch ein bisschen besser wirkt. Was ein bisschen heller wirkt. Bloom-Effekt können wir mal anmachen. Gucken. Ja. Ja. Auf einmal Wurzel. Okay. Okay. Bist du Poseidon oder wer bist du? Klopapier wieder. Alles klar. Warten wir schon mal. Warten wir schon mal. Auf jeden Fall haben wir genug Klopapier. Ist weg. Vater. Vater. Ah, wir sollen Weißspieler einfühlen. Ja, warte. Äh, haben wir nicht. You left me rot. Ah, okay. Fangen wir mal damit an. Das ist das Bild, ne? Der Clown. Würde ich sagen. So. Mann, sieht der scheiße aus. Ist doch richtig, oder? Oder fehlt noch was? Für mich sieht das richtig aus. Okay. Okay. Wir können es auf und zu machen. Nature Bamboo. Okay. Alles klar. Hat auch den Weg ins Spiel gefunden. Toothpaste. Was ist das hier? Was war da für ein Bild? Bambuszahnpasta jetzt? Oder was? Kokosnuss. Alles klar. Handseife. Wieder ein sehr schickes Bild. So, sind wir noch nicht durch? Doch, ne? Äh, warum flackert das hier denn immer so um? Ach, so ist es richtig. Ach, so ist es richtig. Und so ist es richtig. Jetzt ist... Ach so, die Mitte. Warte mal. Ist die Nase vielleicht noch nicht richtig? Doch, ne? So ist sie richtig. Das Bild ist meiner Meinung nach fertig. Da können wir nichts tun. Hier können wir nichts tun. Hier können wir nichts tun. Wieso können wir das denn aufmachen? Okay. Okay. Oh. Der immer hüpfende Ball. Dead Faces. Your apartment changes everyday. Explore and interact. Konnte ich leider nicht zu Ende lesen. Press any key to continue. What? Okay, können wir nicht machen. Nichts mehr machen. Dein Apartment wechselt täglich. Stand da, ne? Okay. Okay. Das Ende. Okay. In dem vollen Spiel. Revolve around a character from Japan. Okay. Also, ja. Ja. War ganz interessant. So am Anfang. Thank you for playing Dead Faces. Aber da muss ordentlich nachgebessert werden, würde ich sagen. Wenn das am Anfang des Jahres rauskommen soll. Vielleicht Mitte des Jahres. Ich weiß nicht genau. Mir war es ein bisschen viel hin und her geflitze jetzt. Ja. Das mit diesen Barrieren habe ich nicht ganz verstanden. Ein bisschen wenig Erklärung, glaube ich. Ja. Also es muss noch gut nachgebessert werden, damit ich dafür nachher Geld ausgebe. Aber der Ansatz ist grafisch gar nicht schlecht. Dead Faces. Press escape to return to desktop. Ja, Leute. Danke fürs Zuschauen. Eure Meinung ist gerne erwünscht, wie immer. Rein damit in die Kommentare. Und wenn ihr es, wie gesagt, selber spielen wollt, ich verlinke euch den Link in der Videobeschreibung. Haut rein, Tschüss Sikowski, bis Baldinski.